Hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder in Minecraft auf dem netten Server Partycraft wo ich jetzt letztens schon drauf war und dem mal kurz gezeigt hab mit mir dabei ist jetzt der Kobalt wie angekündigt ja schon in den Kommentaren geschrieben hat und ich hab nicht schon eine kleine Villa und hier irgendwie der ganze Berg und der hier auch noch ein bisschen gehört alles mir deswegen kann der liebe Kobalt hier nicht bauen weil die Admins einfach zu unfähig sind mal hier hinzukommen danke sehr an das Admin-Team nebenbei die können es halt ja die alter die helfen einem sofort wenn man etwas sagt und was machen wir jetzt was wir jetzt machen keine Ahnung ich schau mir erstmal mein Haus an Sarah Voice wir finden sie macht willkommen willkommen bitte mit rein jaaa so bitte sehr komm mir rein ich habe einen Keller für sie die Kellerkinder bittet darunter ja ich bin ein Sklave oder ich nehme auch das hier weglaufen oder so etwas mitgebracht hier ist an Blumen und die Uhr verpflichten wie sie sind so in eine Richtung ja so alt ist ja voll geil beschrieben wenn du da drauf drückst da ist dann nur so ein paar Zeichen ja ne irgendwie ist das bei mir alles bei allem so Fackel geht Fackel geht Merkwürdig hast du Fackel für mich Prozent eine ganze Jahr Warte Lalalala einfach eine die sollte in meiner Hand leuchten glaube ich dann habe ich keine mehr Leute die in der Hand bei Optifine schon ja habe ich drin aber dies bei mir sogar verpackt aber das ist ein Zombie Hallo du kommst nicht durch meine Tür Kohle geh mir Kohle das Obhauen ja geil da ist Holz nämlich gleich haha Alter wir haben hier tausend Experien Flaschen aber keine Kohle ich habe keine Kohle ich habe keine Kohle das Bett ist auch schön verbracht hast du meine Kohle mit meine Kohle egal jetzt kommt gehen wir ja wir wollen jetzt hier ein anderes Haus bauen wenn du mal aus dem Weg gehen würdest könnte ich auch die Tür aufmachen weil jeder liebe Kobalt ja allein nicht bauen kann weil die Atme das ja nicht freischalten vielleicht irgendwann mal in den nächsten zehn Jahren ja ja wir nehmen doch Wolle mit wegen Bett oder so in der Folge 2000 bestimmt nein nein das Fleisch hörst du das auch gerade gedacht so hinterher springen äh guck mal wer wohnt hier niemand anscheinend hat es in die Luft gesprengt wow das ist ja ein wunderschönes Haus und im Hintergrund hätte ich die schöne Höhlenmusik ja als ich kann man irgendwoher woher sag ich nicht jedenfalls ist es so ein Bild einer Pläne ist im Hintergrund die da ein bisschen so doodelt während wir uns hier die Leute ja genau so in den die Lieder okay ja ich bin hochschwimmen das auch schon mal ist klar ich komme oh oh geht's es ist nur bei der Einzug auch dass die Sonne so richtig realistisch strahlt und sowas das könnte auch an deinem Text umgeblieben wenn du einst drin hast ich hab ich hab das ähm ach keine Ahnung meine Sonne sieht ein bisschen eckig aus ich bin mit einer ist voll strahlen also ich hab so realistisch ist keine Ahnung was tust du da ein ja das sagst du mir auch bitte sehr alles weiter die Jungs auf kann er nicht abbauen so geht das nicht hier schwere Arbeitsbedingungen tschüss ich lass den mal da unten wir sind ein paar schmoren warte ich schmeiße eine Blume hinterher geil da ist eine Blume die fällt nicht mal rein die will auch nicht zu dir öööööööööööööööơ wow Alter hier ist schön hier haben wir schön viel Platz wenn du da mal wieder rauskommen würdest A- ja genau wie denn ich bin hier festge heroic wegen dir ja fehler oh ich habe Chie Миhtin gefunden Wo bist du? Ich steh hier, hallo. Hi. Warum kann ich dich nicht schlagen? Weil, warum? Brauchst du mit was du weißt? Nein, ich hab Goldäpfchen. Ja, bestimmt auch Goldäpfchen. Ja. Bier. Boah, ist aus dir. Wo bist du? Ich bin hier gerade weitergelaufen. Oh, und so, ja. Yay. Zehnmal fast gestorben, aber egal. Hier? Hier will ich hier dein Haus gehen. Hier haben wir so ein Ferienhausi. Ja. Leuchern back ich esse und endlich lange weiter, aber... Was denn? Fleisch. Nein, mit was hier das Haus machen soll. So, hausend Fleisch. Oh, hier ist Lava. Wenn wir mal, äh, bisschen schönes Haus. Aus Fleisch, ja. Wenn wir ein bisschen uns wärmen wollen. Wieso ist hier Lava? Weil wir's können. Hier war doch einer. Einfach so in der Welt schwebt kein Lava. Okay, hier sind lauter Bäume. Lass die mal fällen. Jo, ich hab natürlich keine Spitzhacke. Doch, ich hab eine Spitzhacke. Spitzhacke für Bäume? Äh, ja, ich meinte eine Axt. Schlicht. Ich kann ultra gut Päuser bauen. Ja. Ich bin ein, ich bin ein Konstrukteur. Oder wie's auch heißt. Mein Haus, mein Haus hat man ja gesehen. Ich baue die irgendwie immer so. Äh, einfach mit Erde. Ja, das hab ich auch mal ne Zeit lang gemacht auf einem Server. Man konnte alles protecten. Und dann war halt Erde das nass, nestlegende. Hab ich mein ganzes Haus komplett aus Erde gebaut. Obst, stimmt, hübsch. Ja, das hieß hinterher das Kacke-Haus, aber es war super berühmt. Geil. Ja, keine Ahnung. Es hatte irgendwie vier Stockwerke. Ich war der zweitreichste nach dem Admin auf dem Server. Mittlerweile wohl nicht mehr. Hatte das vier Stockwerke komplett geprotected. Glasdecke, einen krassen Pool drangebaut aus Holz. Ähm, mach mal doch dann mal so eine Doppeltur rein. Oh, kann man jetzt für den anderen unprotecten seine Base-MB? Ja, 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 mit CR-Modifying, normal. Hä? Also könnte ich das jetzt nicht. Hä, doch. Ja, also geht doch. Hä, hab ich doch gerade gesagt. Ich weiß nicht, was ich gerade laber. Alles klar. Ja, also geht doch. Das sagt viel aus. Wir sollten hier die Saplings auch sofort wieder einpflanzen, wenn die hier runterfallen. Ja, ja, hier sind genügend Bäume. Ja, aber trotzdem. Irgendwann sterben wir uns aus. Und vielleicht, oh, wir könnten hier einen Wald bauen. Hm. Warum kann ich dich zum Beispiel jetzt nicht schlagen? Weil ich es drauf hab. Nee. Oh, scheiß Regen. Wenn's blitzt, das ist geil. Mit Optifine. Oh ja, und wenn du noch da drunter stehst, das ist am geilsten. Ja, und wenn der Creeper wegen dem Blitz explodiert, dann macht's behoben. Boah, hey Leute. Du willst jetzt selber verändern und, 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 oder unterstützen? Nee, keine Ahnung. Verändern, ja, nicht mehr 1.8. Ja, das wäre eine super Idee. 1.52, weil ich fand ich ja bis jetzt immer noch am besten irgendwie. Warum? Ich finde 1.272 und 1.2710 am besten. Keine Ahnung, gab's die Bestmot 4. Oh, ich weiß noch, 1.52, die ganzen Morgens und so, oh, maum. Okay, gehen wir mal wieder in die Mitte, okay? Damals war auch alles so einfach. Wo bist du denn, ist es ein bisschen wert, wert worden, hier zu Morgens? Na ja, würde ich jetzt. Ist, ist, ist doch egal, interessiert keinen. Wo bist du? Doch, nicht. Oh, ich hab drei Sepplinge aufgefangen. Ja, ich quatsche hier für mich selber. Ja, aber wo bist du denn? Mir guckt der Perl dazu. TP, dich mal zu mir. Nee, ich will nicht. Schau so. Okay, vielleicht auch. TPR. Uh. Wah! Alter, stand fast neben dir. Hinter dir. Du bekommst die Gesellschaft. Und ich glaub, meine Musik hat auch schon gehört. Oh. Okay, lass sie auf der großen Fläche bauen. Ich war natürlich so schlau und hab keine Loop gemacht, eingestellt. Erstmal ist ganz viel Gras zu hauen, weil das nervt. Ah, ich hab 14 Seppies. Das ganze ist... Setz dich mal hier. So, dann hast du doch voll viele Bäume. Ich hab drei Snacks. Also, ich hab ein Stack Oakwood und ein Stack Birchwood. Dann hast du hier doch voll viele Bäume stehen. Du bist doch hier dein Haus bauen und keine Bäume. Dein Ernst, ich baue noch ein Haus aus Holz. Ja, ja, ist klar. Aber trotzdem wird sich hier erst noch ein Wald haben. Wenn ich hier doch so anfängst zu bauen, oder doch? Oh, nee, sag jetzt nicht. Ich baue hier ein bisschen Pallbäume hin. Oh, na, 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 na. Die 1,8 macht mir einfach nur nervt. So kompliziert. Äh, ich glaub, es gibt das auch Unterwasserwelten, oder? Ja, glaub schon. Ist das schon in 1,8? Ja, glaub schon. Doch, doch, 1,8. Jetzt gibt's auch die Unterwasserpaläste. Alpha-Version gesehen. Ja, ist schon echt witzig. Oh, es regnet nicht mehr. Oh, geil. Jetzt kann ich auch wieder frei reden. Lass man mich auch vielleicht wieder. Mann, warum ist denn das so scheiße? Das ist voll der Scheiße, weil alles verpackt, ey. Alles verpackt. Oder ist die Sonde 1 und 2? Wir machen Musik wieder an hier. So im Hintergrund. Ben. Oder jeder baut sein eigenes Haus. Kann man auch machen. Finde ich eigentlich besser. Aber nebeneinander, ja. Oh, hast du hier ein Riesenhaus? Das wird riesig. Ähm. Fickeln. Warum ist da bei mir ein bisschen Fickeln? Was? Da war einfach nur Fickeln. Groß in lila geschrieben. Ja, ne? Weil ich auch. Ja, richtig geil. Soll ich dir dir mithelfen? Woten. Ich wote doch nicht. Äh, sagen wir ich hier so recht so, äh... Es ist bei dir auch verpackt, wenn du da so Baumstämme so legst. Baumstämme so, äh, da weiß. Ach, egal. Hm. Ziemlich länge ich das aus. Ja. Ist natürlich sehr geil. Da war ich, hast du als Wodacht. Ich hab schon erwähnt, dass ich die 1 von 8 nicht mag. Ja, ich glaub so nebenbei. Jetzt sind wieder Porzollen im Bildschirm. Boah, Alter, der... Es geht. Nein. Atmen hat Langeweile. Was? Ich werde ich gewandt werden. Das ist natürlich sehr praktisch. Und wieso? Musik starte! Danke. Danke. Wie hoch willst du das? Ich werde mindestens 3 hoch. Also den Wohnbereich. Den hast du falsch schon. Ja, ja, weiß ich schon. Wolltest du nicht dein eigenes Haus bauen, oder? Okay, bauen wir zusammen. Ich hab ja schon ein Haus quasi. Ja, aber nicht mal hier. Ja, okay, bauen wir 1 zusammen. Okay, dann geh ich eben. Tschüss. Ich wollte doch mit dir bauen. Wow, Feuer. Ähm, mach... Sammle mal Holz, wenn du willst. Ja, ich hol dir mal Holz. Ich bin hier kleiner Holzer. Ich bin Harzer. Ha, 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 ha. Witzig. Du witziger Halunke. So, und so. Wollen wir hier noch ein bisschen Holz klatschen. Wir können ja ein bisschen Terraform. Oder? Ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von Terraform. Ich brauche mich eher so... Ähm, alles begraden. Oh. Ihr, Minecraft sucht sie sein und weiß nicht mehr, was Terraform hast. Ach, voten. Ich vote nicht für diesen Miss-Server. Ja, also wir können den Server voll empfehlen. Ich mag ihn auch. Natürlich, worte ich. Für was denn? Für den Server natürlich, weil ich... Dafür, dass der Server terminiert wird, oder was? Ne, dass er mir nicht mehr auf die Nerven geht. Ja, dafür würde ich auch voten. Voten Sie jetzt, damit wir Ihnen nicht mehr auf die Nerven gehen. Jetzt voten und 10 Euro spenden. Will ich sofort machen. Ja. Das würde ich auch machen. Kommt auf ein anderes. Für Angebot. Ich spende nicht an ihn, an den Serverbetreiber. Ja, doch. Natürlich will ich das machen. Ich unterstütze dich, ja. Ich finde es auch wirklich nett, ähm, dass hier einer sich wirklich die Mühel macht und sich hier einen Server aufmacht, das Geld dafür bezahlt. Das ist natürlich... Damit ich nichts bezahlen muss, weil ich... Ich wäre zu voll dafür. Du hast einfach kein Geld. Ich bin Harzer. Was dagegen? Spaß. Deko. Harzer sind die coolsten. Nicht Deko. Deko. Ja, ich weiß nicht, was du baust. Ey, brauchst du Glas? Ich hab Glas ganz... Warte, der fuck! Bei der 1.8 ist ja jetzt irgendwie... Die... Das... Das ganze Zeug da 3D. 3D? Bei mir im Textur-Pack und so, ist da ein Hammer dran und die Säge und alles. Und das ist alles so 3D. Bei mir ist es nicht 3D, aber bei mir ist auch so ein Hammer dran, ja. Ich... Ich hab so ein Text-Fun-Fund. Also das Textur-Pack kann ich nur empfehlen. Oh, das ist klar. Ich kann meins auch empfehlen, wer so ein bisschen auf Comics-Style steht. Aber ich selber finde es nicht so toll. Aber ich bin eine Empfehlung. Ich selber finde es nicht so gut, aber ich benutze es. Ja, weil es kann. Weil es nicht kannst. Okay. So, ich hab mir noch ein bisschen Holz. So, das hast du nicht gesehen. Sarah, Zafen, ist mir egal. Mir egal, ist mir egal. Upsa. Ach, da benutzt du schon mein Glas, bitte sehr, noch ein rechten Holz. Hier hast du noch Schilder, wenn du irgendwas beschriften willst und ich nehm, das ist doch unser Haus, oder? Oder wäre ich schon nicht bei mir wohnen? Doch, sicher, ich kümmere mich klein um die Deko. Dafür bin ich zuständig. Ich bin Dekonist. Gibt es das Wort überhaupt? Dekonist? Glauben. Hätte ich auf jeden Fall sehr... Professionell an. Ja. Fachlich richtig. Oh, Monkey Island. Was? Ja, Kobalt hört die Musik nicht, deswegen fragt er was. Aber ihr liebe Zuschauer hört das natürlich mal ein bisschen leise. weil mich ja sonst das wäre dann auch das hier so leise die musik seit wann bekommt man seit wann bekommt noch für ich verstehe ich normalerweise bekommt man zwei türen dafür auf einmal bekomme ich drei weil ja weil du so fern bis gleich cool bin ich weiß schon ja du bekommst mehr weil wir haben sie so gedacht halt mengen rabatt was ja wenn es schon so viel hass haben kommt noch eine gratis dazu treffen sie ja zwei tun und bekommen eine gratis auch jeder oder so oder so ihren wie ich habe ein bisschen kohle also geld ich habe eine tür gratis bekommen ist auch was und aus einer jetzt habe ich vier türen ja war noch besser ich kann das so oft multipliziert habe ich neun türen macht das mit diamanten alter was wollen wir mit türen ich hab wenn ich jemanden hätte kann ich dir besorgen ich habe 1000 zu hause rumliegen ich werde sie für jedes worten bekommt ich jetzt beim worten bekommt man so viel hinter gesteckt ganz ehrlich darauf stehst du ja oder ja das brennt so richtig ja eine wohltat ist das ja alter geil bestimmt machen das so reiche säcke die beste beschäftigung sie wissen nicht was sie tun sollen und sie sind reich stecken sie sich jemanden in den arsch scheißlicher kopfkino hier explodiert ich komme ein schicke treppe das ist natürlich sehr praktisch wenn du schon mal eine zweite etage hast du meine treppe zu bauen ach ich bin so inkompetent ich weiß wie ich habe die kohle mitgebracht sollten bin ich erst mal so ein truhe bauen sowas ähnliches weil es ist hast du gehört ich bin batman ich glaube das kommt heute im fernsehen recht jetzt ja interessiert nämlich auch nicht im joker es ist voll hässlich alter wie macht man noch mal zäune zeige ich dir das sind doch einfach nur 66 so sticks nebeneinander und oben frei ist ja nicht noch irgendwie sind das ist nur der top das tor der tor ja ich weiß doch mal clever book danke für clever book dieses das ist echt die geilste app wirklich aber einfach nur weiterempfehlen wenn ich jetzt geistig behindert ich glaube ja da fragt du hast du noch ja und items du willst du suchen nach zauern 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 und ich gebe zu nah an ein eichenholzzaun es gibt ja jetzt auch andere zäune aus einem holz deswegen ist die tür so geil sieht diese bei mir sogar aus wirken heute eben heute sogar und wie geht das jetzt also links und rechts halt zwei übereinander ganz normale holzblöcke und in der mitte zwei stanken seit stand ist das ist doch das tor nein das ist ein holzzaun das tor das geht da machst du es genau anders rum what the fuck das war doch in der 1.7 oder so anders ja ich glaube schon also keine ahnung ich du hast ihn ein bisschen falsch gebaut besser das mal aussehen dahin habe ich nicht doch du hast die ecken hier auch gerade obwohl die so schräg meine ich obwohl die gerade nach oben gehen sollten ja ja rechts zwei stellen aber ich habe natürlich alles sofort verbessert was mit was für holz brauchst du da ist nicht ich kann bauen hier vor kümmern wir schon mal hier ein bisschen ich habe ich habe schon machen wir das so wie viele blöcke waren wir jetzt hier rein ich kann mir schöne häuser bauen gucken wir das haus von innen an sieht scheiße aus ich habe sie noch nicht mal angekommen ich mache zu stützen für so krüppel wie dich ne ach so ja damit ich mich festhalten kann ich muss jetzt so ein geländer an die treppe mann wir sind nicht immer um und das fels der und das natürlich der rtl kennst du lifter ein bau mir noch so treppen ist die könnte ich machen aber für eine halbe stückliche kompetent bin da sieht natürlich sehr schön aus wie ich das hier gemacht habe komm mal rein und schaust dir an dann aber es brauche nun 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 hat schon mal wieder er da rein so sieht doch schön aus schöner eingangsbereich jetzt kommen rein so guck so wie das da will ich es bei überall machen hier ist nur irgendwie so ein kleiner quackbench ja ist auch cool egal jetzt habe ich den raus du wachs ist ich bin das haus bisschen klein ich es macht drei talen soll so richtig da ist natürlich schön aber vom platz her dann baue ich ihn eigentlich oder wir machen die zweite etage größer verstehst du dass sie so überhängt so mit über ich will auch trakt der rasse ich kann ultra schöne häuser eigentlich bauen außer dass es ist das nämlich gewohnt mein haus hat man ja auch gesehen einfach in der berg geklatscht wunderschön und ein bisschen dicker und die war ultra schön also das ist alter ich habe mal ein richtig geiles schloss gebaut ähm ja in 152 oh das war wirklich ultra geil da habe ich mir auch eine richtig geile stadt gebaut ich habe ähm so ein china tempel gebaut mein real life haus habe ich dann nachgebaut einfach nur so eine harz wohnung spaß ja ich habe mir eine brücke gebaut und da drunter so ein karton einfach bauen karton oder so ein toaster ich wohne in dem toaster ey da ist wenigstens warm kannst du von deiner wohnung nicht behalten äh doch aus holz ist schön warm verringert ja wenn man jetzt ergeben die jede nacht runter ja ja macht doch jeder oh jetzt haben wir schöne mitleitermusik secret battle ich finde das geil sagt nicht entschieden zügig ein ge ultimat verfügen kann sie wärmer tot aus gebunden wird auf erst wenn wohl sind als ich Ich bin heute asoziiert. Alter, traurig, aber wahr. Ich bin eine Missgeburt. Nein, ich hab kein Holz mehr. Baust du dir ein Haus? Nee, ich bau deins an. Warum? Weil es kann. Geil. Hast du Holz für mich? Ah, ich hab was noch. Ich hab Holz für dich, du hast Holz für mich. Glaube ich nicht. Nein, da ist falsch. Da ist richtig. Ich bräuchte Cobblestone, scheiße. Mhm. Ja. Ja, ist okay, kann man so machen. Bei diesen ja die Glasscheiben auch nicht zusammen, gerade, oder? Nee, nee, bei mir gerade nicht. Eben, es geht nicht in 1.8. im Moment. Es ist ein bisschen traurig. Ja, aber darauf kann ich ja verzichten, ne? Nö. Nee, du musst darauf bestehen, schreib den Admin an. Ich will meine zusammenhängenden Gläser. Ich bin zu Hause, ich bin zu Hause, an meinem PC. Ja. Ja. Ich versuch die halt, ne? Wir haben hier Fichtenholz und Birkenholz. Was ist das? Weg mit diesem Dreck. Ich glaube, ich verwechse, dass sie quasi zerstört ist. Zerstört dieses Ungetüm. Gott. Was sind das für ein Schrott? Weg damit. Vor der Haustür? Ja, ich kann es besser. Den Überhang? Ja. Ich hatte lange, weil es sieht doch schön aus. Nein eben nicht das also ich der was ich kann sie für Modell ich bin mir der neue Modell Designer von Paris weißt du es ist und du musst du schon wieder da was ist als Echte nicht okay was ich habe mich nicht klar aber scheiße eine rechte das findest du schöner als Mainz ich baue letzte Terrasse du das findest du schöner als Mainz ja und darauf zurückzukommen lalalalalalalalala und außerdem ich brauche Holz okay vielleicht könnte ich auch selber mein Arsch wie Weg von der Holz holen aber dafür bin ich zu faulen bisschen schlecht da so guck mal haben wir einen ganz schönen Ein- und Ganz-Bereich ich finde es voll geil mit diesen verschiedenen Holzarten Prozent wie lange geht es die Folge schon ist mir egal ist mir egal da Roboter mit selbst klassen so ist ein Kronen da ist natürlich sehr schön aus auf Thomas Steine von zu Hause macht es die ihr habt Boah, jetzt meine Burg. Kann man sich ein zweites Home-Setten? Ich glaube. Oder ich mach mal CPA zu dir. Nimm mal an. Danke sehr. Anderes Holzchen machen. Ich würde es jetzt so gerne töten. Ja, ich finde auch scheiße, dass es nicht geht. Oh, ich habe 30.000 gerade als Geld. Was kann man davon machen? Keine Ahnung. Alter, geil. Würde ich auch gerne können. Ja, ich gehe schon wieder ab zu der Musik. Und ich denke, da machen wir auch einen kleinen Folgenschluss. Bei dieser wunderschönen Musik. Äh, endlich, ey, wird ja mal wieder Zeit. Ja, es geht natürlich sofort weiter. In der nächsten Folge, was sage ich da? Egal, wir sehen uns. Schreibt in den Kommentaren, ob euch das Video gefallen hat. Ob es nicht gefallen hat, das lege ich ja sehr ans Herz. Wenn ihr das macht, da freue ich mich. Einen Baum ab, äh, einen Ast ab, wollte ich sagen. Und wir sehen uns dann in den nächsten Folgen. Bis dahin. Ciao, ciao. Kann ich nachvollziehen? Ciao.